so shop-updates also alles noch da so weekend ist noch bis donnerstag 15 uhr da denk ich mal das hier ist die start voll noch das ist dann nächsten update das wird wahrscheinlich morgen also donnerstag sein vielleicht alles raus oder es bleibt noch drin bis ende in der firma so die ist wieder drin schwarz-holzschwert die männliche variante zu dieser battle pass das ist ein ganz normales schwert keine pitch dings man hat das schwert hier drin also ist hier von der einen die männliche variante so bestellen wir mal ein iw ist noch drin crucial team galaxy paket ist da drin doppel spügel E-Los Klockstar Re-Incarnation Rea-Re-Incarnation Beno-Pione-Pioneik-Stache Ja, sonst ist hier nix Ach guck mal, der Gem-Song ist hier mit drin Also der als Gem-Song drin Der mit Make It No It Oh, wunderschön